hallo hallo liebe leute und willkommen bei der mns heute ist ja nathanien mit euch und ich mache einen neondog ich zeige ihnen mal in der tasche welche ich meine ich kannte auch eigentlich den da dann später mache ich den denke ich noch die luna ochsen als neon neon 400 noch mega neon später war ja und jetzt gucken dann später nacht es kommen die schockler aber das neon ich würde dies mal mal vielleicht ein haller bord echt jetzt brauche ich noch ein zug ich gucke dann noch bei den geschenken ich will mit einem wasser mit dem hauer bord nicht so ich mache jetzt den neon ich bin so aufgeregt ich denke es ja er ist blau dann so geil aus wenn ich dann schnell da noch ein und da und dann könnte ich auch geschenke vielleicht öffnen weil ich will ein bananen auto ich meine einen zug bekommen da und dann teleportiere ich mal mich zu den geschenken ich tue erstmal zwei große geschenke ich will unbedingt den zug dann habe ich alles von der liste haben sie jetzt mein geschenk ist können was ist da was ist da hoffentlich ein zug nein danke ich was mir dann halt mir ja auch gerne ich habe alle sachen alle alles geschenke danke auch heute ist ein glückstag für mich ich brauchte ich bin nicht dann könnte ich mal auch tschüss sagen